Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Folge Minecraft Adventure Map. Wir haben uns mal wieder zusammen getroffen liebe Freunde und wollen heute ein paar Sprünge tun. Sprünge? 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 Einfach Sprünge tun. Und zwar ist dabei der Sascha. Hallo. Stibi. Hi. Und Krüschi. Moin moin. Wir werden jetzt hier diese kleine Test-Your-Skill-Strecke machen. Wer will anfangen? Komm. Ganz bloß eine Frage. Wie aktiviert man so das Jukebox? Du musst auf die... auf das Schild klicken. Du brauchst ja irgendeinen Trigger. An der Seite. Ja. Ach Krüschi! Was kann ich denn jetzt dafür? Versteh ich nicht. Ja. Oh fuck. Lange ist es her. Lange, lange ist es her, Leute. Ja, das ist wirklich lang her. Wirklich schlecht, ne? Ich muss erstmal hier wieder meinen Arbeitsplatz hinrichten. Krüschi, wie hieß denn nochmal die Map? Danke. Parkour 3 irgendwas. Warte, ich kann's euch... Okay, ich kann's doch nicht sein. Ich hab's nämlich von mir auch schon geschossen. Oh fuck. Ich hab irgendwas mit Paradise. Jetzt erst mal Krüschi runterhauen. Nein! Ich hab... Warum verkack ich diesen Sprung hier jetzt? Oh Gott, ist ja gar nicht erneuend, dass man hier ewig lang zurückschwimmen muss. Ist... Nein! Nein! Ich hab den letzten Sprung verkackt. Das hängt wieder an, Leute. Komm, komm, komm! Oh fuck it. Ich bin durch! Lass uns aber mal bitte das Trollen minimieren, okay? Nicht, dass wir nach 5 Minuten abgefuckt sind. Kann man eigentlich inzwischen auch schneller schwimmen auf Steuerung? Das kommt mir so ein bisschen vor. Ja. Echt? Ich bin dafür, dass Stevie auf jeden Fall nicht so einen Scheiß machen darf. Das fliegt auch nur! Oh, come on ey, ich krieg den scheiß dritten Sprung nicht hin. Der ist hart. Wie ihr seht, bin ich am fliechen nur. Sag mal, was ist denn los hier? Wie ist das? Also wenn es 3 geschafft haben, dann hat der letzte noch 3 Versuche oder wie? Ja. Standardregel. Okay. Wenn du das wärst auch nochmal... Oh fuck it ey. Fast tot, aber sonst läuft's. Komm, Sascha, wir können das hier nicht unsere WGF-Eris erhängen lassen. Ja, ist halt echt so. Tu mal was. Ey, ich hab die voll weggeschoben. Haben wir Collision dann? Ja, Collision ist überall. Das ist seit 1.10 oder sowas wie du da bist. Ich hab dich da grad gehauen. Kann doch scroll gewesen sein. Hä, ich hab dich nicht gehauen. Ich steh hier doch. Ich hab Schaden gekriegt, deswegen. Du hast mich voll von dem Block runtergeschoben, ohne mich zu hauen. Das hab ich grad verstanden. Pfff. Oh fuck it. Der Fehler ist übrigens seit der 1.11, dass man sich mit dem Firework hochboosten kann dabei. Ach Leute, kleiner Tipp, wenn ihr schneller an euer Scroll schauen wollt, ihr könnt... Bist du auch runtergefallen? Ja du... Kommst du noch hoch? Ne, du kommst nicht mehr hoch, gell? Ey, ich cheat dir das. Ne, das geht nicht Sascha. Locker geht das. Locker geht das. Du kannst keine drei Dinger hochspringen. Fuck! Was versuchen sie denn? Sascha will da hochspringen jetzt wieder. Och Gott, wenn wir schon bei der Try-Strecke so abkacken... Nur für euch zur Info diese Map soll 100 Level haben. Also wir sind immer so beschäftigt hier. Bin ich bis jetzt der Einzige? Ja bist du. Du spielst aber auch zur Zeit ein Minecraft Projekt. Eins! Ja! Ich hab seit einem halben Jahr kein Minecraft reingespielt. Und da hab ich... Es tut mir leid, Krischi. Und das ist kein Jump... Für mir ist nichts passiert. Ja, ich bin voll in dich reingesprungen. Hab gerade gedacht, ich... Da Collision an ist, schiebe ich dich jetzt voll weg. Krischi, Krischi, schafft das! Schafft das! Krischi, spring schneller! Sonst ess ich ne Wunde Ananas mit Vanillesoße. Mach das! Also geil! Jetzt frisst er hier ne Aufnahme erstmal ey. Und? Alter, ich bin so inkompetent! Und? Nein, nein, nein! Ich hab die Crouch und was da gedrückt! Ich bin so inkompetent! Und... Nein! Nein, fuck! Ich kann euch leider nur von hier zuschauen, weil... Wir haben keine OP, wir können das nicht! Ach so, stimmt, weil ich wollte ja jetzt kurz zurückfliegen, weil das ist halt echt ätzend, immer hier zu schwimmen. Es hat keiner bis auf Sascha OP gesehen! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal... Kannst du uns mal schnell OP geben, vielleicht? Ja, kann ich... Ja, nee, lass mal ein C-Bornpoint hier einfach setzen am Start. Ja, das ist ne gute Idee. Weil dann kann ich euch auch zuschauen, ohne hier oben rumzulassen... Sound muted! Oh! Sound resumed! Oh, lol! Ich hab selbst keine Permission auf meinem Server... Warte mal, das muss ich mal ganz kurz auf Screen machen! Läuft, Sascha, läuft! Läuft! Beste Vorbereitung hier, ey! Ja, guck, man muss sagen, es ist ein bisschen spontan gewesen, das Projekt. Das stimmt. Aber wir haben... Ich hab mega Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich freu mich! Ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, ich hab... Irgendwie bin ich gerade ziemlich... Komm schon, Squall! Komm schon, komm schon! Ah, die schnauze ich! Sound muted! Sound resumed! Äh, wenn du jetzt springst doppelt Leertaste... Aber stopp! Nimm noch ein Feuerwerk mit, weil dann kannst du dich damit hochboosten jedes Mal. Kannst du auch mehrere nehmen, die bleiben immer in der Kiste. Wie kann ich Trigger? Ist mir leid, dass ihr jetzt Black Screen bei mir habt oder... Ganz normal, halt hier so ein Rechtsklick machen... Doppel-Leertaste und flie... Du hast doch ne Game-Aufnahme, oder nicht? Ja, aber... Ich verstehe nicht, Tivi. Ich hab gesagt, Doppel-Leertaste drücken dann. So, ihr seid alle geopt. Okay, alles klar. Aber ich hab's eh schon geschafft, also von dem her. Ja. Ja. Das war für die Zukunft. Oh, das stimmt nicht mal im Shit, aber gut. Das stimmt, das hatte ich auch nicht. Hey, ich verstehe das nicht, ich kann nicht fliegen. So, ich gucke jetzt so zu. Ich mach das jetzt, Kinder, ich mach das jetzt... Und? Oh, ich hab's! Alles klar, ja, ich versuch noch Befehle ja einzutippern. Wie waren wir mal Spawn-Points setzen? Vielleicht Spawn-Point. Gibt's keine Meldung mehr dabei? Nein. Ah, das ist ja mega krass, hey. Aber hier ist ne... Hier ist ne... Ja? Feel out of the world? Nee. Aber... Ich bin aber nicht am Spawn-Point gespawnt, wo ich ihn gesetzt habe. Reggie, du kannst, wenn du oben bist... Bist du schon oben? Ja... Nein, bist du nicht. Ich war. Achso, du warst oben. Dann kannst du fliegen. Wenn du springst, musst du Doppel-Leertaste drücken, oder? So war's doch, Stevie. Ja. Nein! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab einfach wild auf meine Tastatur oben gehämmert oder auf rechtsklick gedrückt. Können wir nochmal boeten. Okay, mein erster Fail. Was war denn die Adventure-Map eigentlich? Äh, Game Mode 2? Zweiter Fail. Geht gut los, Alter. Weil wir nix hauen konnten, war's Game Mode 2. Macht Spaß mit diesem Hochgebooster, was? Ist toll. Oh ja, lol. Ich bin mal kurz 8K. In der Aufnahme. Spitz. Ja, da... Guck mal, das schaut zu hier. Oh, macht das? Ich hab übrigens gar keine Musik an, fällt mir grade auf. Aber das ist ja scheinbar diese Map hier, ähm, Musik hat, da ist sauer aus. Nein! Oh, Sascha, das war zu schnell. Das war Fail Nummer 3 schon. Alles klar, das war's. Sascha hat den auch gleich nicht geschafft. Er kann ja nochmal kurz... Squad ist kurz ja weg. Er kann ja ruhig nochmal machen. Stimmt. Ne, das ist nochmal... Das ist aus der Kraft. Ich würde aber gern wissen, warum mein Spawnpoint nicht funktioniert. Ne, er setzt ihn bei mir nicht. Hat er das vielleicht deaktiviert? Ich kann's da auch mal festen. Äh, ich frag mich, wie er das hingekriegt hat, dass das nix im Text steht. Oh Gott! So, da bin ich wieder. Ja, alles klar. Und wie sieht's aus? Wie weit bist du? Ich hab schon mal ne 3 Fehler. Okay, und wohin müssen wir jetzt? Wie wärs mit durch das Nether-Portal? Da wo steht play the game? Nein, Spawnpoint hat er auch nicht. Okay, dann ab mal hier durch. Ich bin einfach durchgeflogen. Diese komischen Raketen werden aber nicht zum Cheaten benutzt. Ich find wir müssen gleich nochmal alles wegwerfen. Ja, auf jeden Fall. So rein ist es... Oh lol, ja. WTF? Bei mir passiert ne Cutscene gerade. Ja, Animation. Ja, Animation. Alter. Oh mein Gott. Warte mal, Options. Musik. Irgendwie Musik. Das gilt nicht als Musik. Das gilt nicht als Musik. Erstmal Master Volume auf 5% drunter. Alter. Oh Gott. Warte, da steht was, ich kann's nicht lesen. Parcours Paradise 3. Ah, jetzt wissen wir auch wie die Map heißt. Parcours Paradise 3, liebe Freunde. Herzlich Willkommen auf dieser Map. Parcours Paradise 3. Und ähm, ja. Leute, dabei sind wie gesagt... Yo! Der fliegt vom Himmel runter. Oh Gott, ich fliege auch runter. Der fliegt alle runter. Wuuuuh. Warte mal, ist die Musik jetzt standartmäßig so laut hier an? Warte, ich muss ganz echt sagen. Alter, was ist mit der Musik? Ey, ich mach gleich die gesamte Musik für jedes Spiel aus. Holy Shit. Also jetzt wissen... Jetzt ist es okay. Ja, geht die Musik nicht irgendwann mal jetzt aus? Ja, ich weiß nicht. Ey, ich mach jetzt, ich mach die Musik jetzt ganz kurz. Doch, sie wird gerade bei mir leise. Ne. Ne wird sie nicht. Und bei mir ist es zu Ende. Ich mach sie aus, Leute. Ich mach mal mein Master Volume auf 1%, damit man im Hintergrund vielleicht immer ein bisschen Musik hören kann. Leute, sie ist weg. Ey, warte mal. Welcher Shit ist denn das? Sie ist weg. Ja. Sie ist weg. Wo seid ihr? Ich bin schon im zweiten. Wo ist denn der Start für dieses Level? Die Bench? Ja. Also ich bin dafür. Wir warten aber auch immer am Ende eines Levels. Ja. Ich hab richtig gut. Stevie ist schon Level 2 durch fast. Nein, ich bin nur hier unten. Ja, dann warte doch. Bei Lava. Stevie, wir warten wieder bei jedem Spot. Und ich denke, dadurch, dass die Level so klein sind, ist es auch nicht das... Ja, was mach ich denn jetzt? Ich bin schon hier unten. Ja, dann bleibst du da halt stehen kurz. Oder gehst du in Game Mode und kommst zurück geflogen. Ja, gell. Hallo Krischi. Wir müssen aber hier auf jeden Fall runter, Sascha, gell? Ja. Lauf mal runter. Weil wir können hier ein Fehler... Wie sieht's mit Krischi aus? Ja, deswegen... Nein, das war der laufende Versuch. Jetzt hat er drei Versuche. Jetzt hab ich drei Versuche. Deming ist, dass wir schon gleich elf Minuten haben. Ja, ist doch furcht. Krischi spring mit Shift in diese Lücken rein. Ja, auf jeden Fall. Warum steht eigentlich nur bei mir, dass ich in Level 2 bin und bei euch Level 1? Weil ich noch nicht reingelaufen bin. Fliegt hier gerade, oder was? Ne, ich bin auch nicht reingelaufen. Ja, aber ich bin gerade auf der Mauer drauf. Bin auf der Mauer auf der Lauer. Und? Bist du durch, Krischi? Ja, ist er. Leil. Leil. Gut. Alles klar. Moment, ich muss runter. Welches ist nochmal der Adventure Mode? Nein. Game Mode 2. Okay. Eins ist normaler Game Mode. Und wohin müssen wir? Ach, hier springt er hinten schon rum. Lol. Hä, wohin muss ich denn? Einmal durch das Haus durch. Achso. Hä? Ja, und dann? Und dann die Leiter hoch, oder? Äh. Ja, ich habe das betätigt und dann ist das Feuer ausgegangen. Oh. Was hast du betätigt? Hier war ein Leather gewesen, den ich betätigt habe. Und dann ist das Feuer aus. Und warum ist das jetzt weg? Weiß ich nicht. Und dann ist auch das Feuer versch... Warte mal. Achso. Hier ist auch nichts anders. Ey Leute. Ja, wisst ihr was ihr gemacht habt? Ihr habt... Ich kann es euch sagen. Ihr habt oben, habt ihr das Ding aktiviert, die... Ach Leute, hier geht es noch weiter. Leute, warum fliege ich? Nein, nein. Ich sterbe. Nein, nein. Ich sterbe. Aber das ist glaube ich nicht zwingend verkehrt. Wenn wir... Ah ja, oben ist jetzt der Kamin ausgegangen. Jetzt komm ich hoch. Ja, aber du kannst... Ja, richtig. Da bin ich gerade entlang gegangen. Aber ich will halt wenigstens alles zeigen. Ja, ja. Das konnten wir ja nicht ahnen, was das passiert dann. Ich habe noch einen Brand-Effekt. Ja, alles gut. Ich habe einen nervigen Brand-Effekt. Ah, okay. Ich sehe den aber nicht, dass du den... Ich kenn mich nochmal. Er ist immer noch. Da willst du mich verarschen. Ah ja, hier. Dann hast du einen interessanten Bug, weil den hab ich nicht. Du hättest hier gesehen. So, jetzt ist er weg. So, also mal hier hochklettern und dann hier durch die Base. Gut. Äh, runter hätte ich mal gesagt. It's all about the Base. Ah, sorry. Oh, was ist denn da oben? Erfahrung, oder was? Ach, lol. Ich wollte jetzt gerade auf dem Hausdach auf den Baum da springen. Ah, ne. So ist es. Das ist auch immer wieder so einfach. Was ist das? Ich denke, das wird noch schwieriger. Bei mir ist das Erfahrung. Und es wird irgendein Bach sein. Es gibt doch Effekte inzwischen, Leute. So animierte Effekte. Das ist einfach nur ein animierter Effekt. Boing, boing, boing. Jawohl, Alter. Ah, du meinst das da? Was ist das? Sollte man, glaube ich, sogar auch nehmen. So wie es aussieht. Ein bisschen aus wie Erfahrung, aber. Nein, nein. Du kriegst, äh. Du kriegst Jump Boost dabei. Oh, aber nur eine bestimmte Zeit. Ja. Jo, ich check's. Das macht mich mega. Oh nein, da geht's runter. Oh nein, da geht's runter. Oh nein, da geht's runter. Auch cool. Ihr habt's. Ich bin einen Schritt zu weit gekommen. Fuck! Geht nur vor dem Loch runtergesauselt. Ja, das macht Stevie öfters. Das heißt, dass ihm vor dem Loch die Puste ausgeht? Ja. Immer vor dem Loch runtersauseln. Und dann schlägt er immer die anderen. Obwohl die nichts dafür können. Ja, das ist dann halt reine Selbstfrustration, ne? Ja, ist halt echt so. Und ich finde wir machen, äh, auch wenn man, ach kacke, jetzt hab ich aufs Loch verfehlt. Ähm, man könnte jetzt hier theoretisch auf diesen weißen Rahmen springen, aber ich finde das hier... Oh, durch! Ja, das lass uns ein. Damit das kurz markiert wird. Vor allem kann man's nicht, hier sind unsichtbare Wänder. Okay, das ist gut. Oh, das gab's auch geschafft. Wo ist Krishi? Hier unten. Ja, ich kriege diesen rund drei drauf. So, warte mal. Guck mir jetzt seine Sicht an. Was? Du kannst in die Sicht von... Achso, durch den Spectator Mode klären, oder? Ich hab den Spectator Mode drin, richtig. Ist da nicht standardmäßig drin? Spectator ist drei. Genau. Mal wie's aussieht. Ich bin voll so beobachtet, ey. Und... Schafft das? Ja. Jawohl. Okay. Wo geht das hier weiter? Ich weiß es nicht. Achso. Hier ist auch noch so ein um die Ecke Springsprung, oder? Ich sprung? Aber wir müssen da hinten... Achso, okay, ich verstehe. Wo ist denn? Hast du einen Anfang gefunden? Na, es gibt keinen wirklichen Anfang. Du musst nur von hoch oben springen. Ja. Ich will mal was testen. Ich will mal was testen, Leute. Ich glaub nämlich nicht, dass... Da kommst du nicht hoch. Da kommst du nicht hoch. Ich hab gedacht in der Höhle vielleicht. Komm, wir können auch nicht so blind und blöd sein, ey. Hier ist der Dings. Ach Leute, ich hab's. Ja? Und zwar? Ich denk zumindest, dass ich's hab. Ja, wo kommst du denn hoch genug für die Slime-Blocks? Ach, verdammt. Reicht noch nicht ganz. Wie kommt man denn hoch hin? Vor allem warum ist das Spiel jetzt so scheiße leise bei mir? Ich höre überhaupt nix mehr. Stimmt, höre ich auch nicht mehr. Moment. Ja, das ist, wenn ihr... So. Ja, also der hier ist auf jeden Fall nicht machbar. Ja, das bringt ja nichts, Sascha. Ja. Ist einer von denen hier machbar, Leute? Machbar, hier kommst du. Wie bist du da hochgekommen, Krischi? Ach, Kacke. Krischi! Ja? Sag an da. Mach doch mal ein bisschen um. Ach lol, okay, ich hab's. Aber ich weiß noch nicht, was das hilft. Hä? Echt jetzt? In der Höhle kommt man hoch. Ja. Wow. Was? Und wir laufen hier die ganze Zeit... Ey Krischi, ist doch ganz klar, was das bringt. Na? Guck mal, da oben laufen doch hier. Guck mal, rechts. Was da entlang läuft. Ja. Ja, ja. Geh mal kurz einen Schritt zur Seite oder willst du jetzt springen? Komm, spring nur mal, du hast... Probier mal, probier mal. Ja, dann durfte ich kurz mal... Nein! Das war lobt. Ich habe gehalt. Jetzt ist nur die Frage, ist nach oben hin... Ist nach oben hin ne Ding? Ne. Nein. Nein, das ist... Sascha, du Mongo ey! Spring mir doch nicht in der Vision rum, du... Sackgerade! Kopfhäckchen! Doch! Oh! Geschafft! Mein Gott, dieser Typ ey, Leute! Mein Gott, ey! Mein Gott, ey! Mein Gott, ey! Der hat bei mir nicht! Ja, musst du auch drauf landen! Hab ich vielleicht... Ja, scheinbar ja nicht. Hey! Hey! Ah, das ist doch ein krass dackelter Typ! Komm, komm mal hierher, Alter! Du wirst eiskalt runtergeschlagen hier! Ja, warte mal, komm her! Ja, auf den Baum rauf! Ja, die Frage war gar... Bist du von oben gesprungen oder von eins weiter rechts? Weiß ich grad nicht mehr. Tatsächlich nicht. Oh, fuck! Oh! Alles klar, ich bin wohl irgendwie kurzzeitig ein bisschen aufgekommen. Komm nicht auf den Baum rauf, ey! Na, ich bin drauf, aber irgendwie fanden die bei mir nicht! Du darfst dich, glaub ich, nicht groß bewegen, wenn du auf den landest. Du musst erst mal straight drauf... Darf ich da eine Leertaste gedrückt halten? Nein! Nö! Oh! Alles klar, Level 3... Ne, Level 4... Wir verkacken schon! Völlig überfordert! Wie lange haben wir keinen Workshop mehr gespielt? Ja, sehr gut, Stevie! Wenn ich die ganze Zeit den Fehler nicht gemacht hätte mit der Leertaste, drin zu lassen, dann... So, wie macht ihr den Sprung hier? Einfach sprinten und aufs... Gucken wir mal wieder die schöne Sicht von... 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 Ich glaub, ich hab die Squall-Sicht drin, so wie so aussieht. So, ganz einfach. Sprung mal kurz. Rücken und... Alles klar, komm, dann mach. Du darfst. Jetzt auf den Slime-Block springen und nicht dabei springen. Ja. Ja. Sehr gut. Du hast es. Witz. Nicht dabei springen. Nicht die Leertaste dabei festzuhalten. Ich hatte sie noch gedrückt aus Instinkt, ja. Sorry. Okay. Dann drei Versuche jetzt noch. Stimmt. Oh, Prischis Sicht wieder? Na, meine Hochspannung. Spannung. Typ, 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 typ. Klingt ihr von ganz oben? Ich... Ich... Hab den runter genommen. Hab den... Genau. Springen wir uns auch. Einmal leertes lassen, solltest du zurück. Also ich bin von ganz oben gesprungen, Leute. Nö, ich weiß nicht mehr von wo ich gesprungen war. Aber ich denke, der eine Block wird nicht den Unterschied machen. Ich glaube, das sollte so recht easy machbar sein. Beide machbar. Soll es sein, noch zwei, ne? Ja, richtig. Aber der, wenn du es jetzt weißt... Okay, komm. 2 ist der letzte, oder? Nein, Versuch Nummer 3. Okay, hab ich noch. Ein Hobby noch. Ein Hobby noch. Ein Hobby noch. Ein Hobby noch. Was ist das denn eigentlich hier für den Raum? Wo ist eigentlich Stevie? Der ist im Spectator-Mod in Krischi drin. Nein, nicht mehr. Deswegen fahre ich das alle. Das ist irgendwie pervers. Hier, wenn du mich sehen willst, warte. Der fliegt nämlich hier durch die Gegend rum und fragt, was ist das für ein Raum? Äh, wo bin ich jetzt hier? Oh! Da oben rechts. Guck mal, wo ich gelandet bin. Wo bin ich da? Oh, bitteschön. Ja. 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 Nice. Er hat sich mal hingepingt wie sonst was bei mir. Ja, aber er hat es aber auch gelaggt. So scroll, du darfst. Achso, ist die Folge schon vorbei? Ja, 20 Minuten sind. Ja, liebe Leute. Das war doch mal wieder ein wunderschöner Anfang. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Guckt bei den anderen vorbei. und ja, haut rein Leute. Tschüss. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017